hey ho leute und herzlich willkommen zu neuen video ja heute ein voting zu den sieben schwertkämpfern beziehungsweise sieben schwertkämpfer in anführungsstrichen das sind glaube ich 20 charaktere oder so aufgelistet keine ahnung nämlich jeder der eins der sieben schwerter mal richtig benutzt hat und alles also ich werde da jetzt auch charaktere wie kakashi und sowas mit reinpacken weil kakashi hat ja auch mal zur mutter schwert kurzzeitig benutzt im krieg deswegen ja alle charaktere die die schwerte benutzt haben und jetzt noch die neuen sieben schwertkämpfer die jetzt gerade im berufe vorkommen die werde ich auch noch mit reinpacken und ja ihr könnt für mehrere voten der voting link ist ganz um in der beschreibung drin nächste woche kommen dann die voting ergebnisse und mehr habe ich nicht zu sagen von daher votet ab schickt den link vielleicht weiter wenn ihr leute habt die auch naruto schon und so von daher war es das mit dem video und ich verpschiede ich mir noch wieder mehr ja 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 ja